Hallo Leute, ich bin der Gangkiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch ein paar Tricks für die HE-Granate zeigen. Und ja, fangen wir direkt mit dem ersten Tipp an, den wir wahrscheinlich so gut wie 90%, wenn nicht sogar 99% von euch kämen. Und zwar kann man die HE-Granate benutzen, um sich zu verstecken. Denn wenn man sie jetzt einfach hier per Rechtsklick fallen lässt, dann geht einmal hier so eine riesen Wand hoch, also beziehungsweise Dreck fliegt halt hoch und da hinten der Sniper kann euch dann nicht treffen, wenn ihr hier vorbeiguckt. Ihr guckt, zack, man sieht da hinten nichts, weil man da nicht durchgucken kann. Und ja, das war der erste Trick, gehen wir weiter zum zweiten. So, kommen wir nun zum zweiten Trick. Den Trick, beziehungsweise den Tipp, kennen wahrscheinlich so gut auch wie 90% von euch, aber wird kaum benutzt. Und zwar, wenn ihr jetzt eine Echo habt und jetzt irgendwie geschafft habt, auf langen Typen zu killen und dann lässt er halt da seine Waffe fallen. Ihr wollt aber nicht hier rumgehen, weil ihr nicht wisst, wie viele Leute da noch sind. Könnt ihr die HE-Granate benutzen und die dann halt, ihr müsst halt gucken, es wird wahrscheinlich jetzt fällen von mir. Okay, dies war zu weit. Und dann könnt ihr sehen, aha, die Granate kam hier an, hat perfekt funktioniert und ich habe die Waffe bei mir. Zusätzlich ist die Granate hier aufgepoppt. Das heißt, wenn hier jemand um die, um die Ecke stand, hat er noch Schaden bekommen. Und ja, das ist mein zweiter Tipp für euch. Benutzt die Granaten einfach, um Waffen zu euch zu schießen oder auch, wenn ihr wisst, aha, hier, die Gegner haben Echo, beziehungsweise, hier ist es, sage ich mal, habt ihr gesmoked. Euer Teammate ist da gefallen, könnt ihr natürlich auch die, ähm, Moment, ich werfe da mal wieder die M4 hin. Dann könnt ihr zum Beispiel hier einfach in Smoke per Rechtsklick die Granate reinfallen lassen, sodass die Waffe halt wegfliegt, dass die Gegner sie nicht holen können. Funktioniert natürlich in beide Richtungen. Dann gehen wir weiter zum dritten Tipp. So, kommen wir nun zum letzten Tipp. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel, ein Gegner steht hier und ihr läuft ja gerade die Mitte hoch und der Gegner zieht sich gerade zurück, dann könnt ihr, während ihr hinterher wascht, die Granate zum Beispiel hier so an die Wand werfen, dann um die Ecke ziehen und die Gegner abballern. Ihr denkt euch natürlich, das ist doch ganz normal, dass man das eigentlich macht. Ähm, aber diese Taktik, beziehungsweise, der Tipp ist so, wenn der Gegner irgendwo hier steht, beziehungsweise auch langsam zurückgeht, er hat jetzt zwei Möglichkeiten, wenn die Granate so geflogen kommt. Entweder, der bleibt stehen und kriegt den Schaden von der Granate ab, oder er zieht sich halt zurück und dann muss er ja schon laufen, wenn er zurückgeht. Ähm, ja, kann sein, dass den unteren Elos, die sich auch noch umdrehen, dann könnt ihr den Rücken schießen, aber davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Ihr habt halt entweder die Möglichkeit, der Gegner wird von der Granate getroffen, was ihm dann viel Schaden macht, oder der zieht sich halt zurück, wobei sein Nachteil dann ist, dass seine Waffe hier unpräzise ist. Kennt man ja aus CS, ähm, ich hab ja hier diese Spray-Pattern an. Wenn der jetzt hier so zurückläuft, dann seht ihr ja, oder selbst wenn der Tabs macht, ist es ziemlich unpräzise und der kann ja nicht zurückschiften, weil sonst wird er ja noch von der Granate getroffen. Und ihr habt einfach den Vorteil, vor allem wenn ihr zu zweit seid und keine Flash-Granaten mehr habt, ihr könnt einfach mal einer wirft die HE, der andere zieht hier rüber und spread den Gegner weg. Das war's mit meinen Tipps für HE-Granaten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao!